1, 2, 1 1, 2, 1 Immer bewerten, wie du pumpst. Mein Hobby ist vor allem bei Abends so eine auf dem Stuhl zu sitzen im Büro. Das ist ja auch schon ein Chino. Ich freue mich noch. Wir haben kürzlich einen Aufschluck. Wir sind trotzdem am Auto. Wenn man sich ein Naft ist, sagt er nach sich in derinanderfassung. Das ist ja noch Això. Der ist auch noch so. Das ist natürlich ein Kind. Das war's für heute. Danke, was du mit dir? Vielleicht ist das ein bisschen so Ich bin wirklich für dich, mein Freund. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020